Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Prrrrrr, Final Fantasy. Für die After Years, für die Playstation Portable. Im letzten Part haben wir den FAYMARK abgeschlossen, mit Riddia an unserer Seite. Also den Weg zum FAYMARK und wieder zurück und jetzt geht's hoffentlich in die Gegenwart allmählich. Ich hoffe es so sehr. Hallo? Hallo? Ah, du bist zurück! Ich bin. Wir sind. Da, du bist all. Wie geht's? Great. Everyone is doing well. Got a lot of training done? Ah, yes, definitely. You bet we did. Well, guess what? I just made a big decision of my own. Look, he is one talented girl, he is. She diagnosed an engine problem that not even I could figure out. I gotta add it to the dwarves. The way they approach technology is like nothing I've seen before. So we walked for a while and we decided that I'm going to be Sit's Apprentice. Really? That's great, Luca. That's great, Luca. Well, King Jai, I'd let you. Way to spoil the mood, Pelham. Are you ready to go? Yeah. Take out your position, Luca. Hi, hi. Bitte jetzt Zeitsprung. Bitte jetzt Zeitsprung. Bitte jetzt Zeitsprung. Ah! Best day! Danke! Wer jetzt noch irgendeine Ebene dazwischen gekommen ist. Brrrr! Prayer days! Well, I guess you've survived Troia by now. And here I am, second Mycidia, all by myself. Are you there for him? How are you feeling, Elder? Oh, no worries. I'll feel fine today. That's wonderful. What bothers you, my child? Nothing. You wanted to travel to Troia instead of Pelham, am I right? I don't know anymore. Are you worried about Pelham? Well... You want to go out on your own? Do you not? Just like Pelham? Moment mal, die Stimme sitzt falsch. Elder? Pelham is a rare talent. There's little deny in that. But he's still young. That's why I sent him on his business. There's much for Pelham to learn through teaching others. I see. You're worried, aren't you? You're worried, aren't you? Worried that Pelham will leave us behind someday? Perhaps. You two have been together your entire lives. As siblings, as friends and as rivals. But more importantly, when you look at each other, you see yourselves. Yes, you're right. I'm sure you will find your own path to walk sooner or later, Pelham. The best thing to do now is to think about what the path might be. Yes, Elder. There's no need to rush yourself. What is it, Elder? The dragon is crying. The dragon is crying. What? The lunar whale. The lunar whale. What happened to you? The lunar whale. I have called all of you here to discuss a dire matter. The Lunar Whale has risen, 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 setting off in the direction of the moon. With Palam absent, I would like to call upon the powers of the Dragoon. The Dragoon? You mean Cain? They're one and only. If the rumors are, to be believed, we can find him on Mount Orioles. But... But what? I heard that Cain had severed all ties with Baron. Elder, this is certainly a serious matter that requires swift response. But surely, mycidious army of mages would be sufficient for its protection. Even if those dreadful events of the past were to visit us again. Hmm, Tsukinova. Like magic is not a panacea for all of our problems. Indeed, look at my heads. Have you forgotten what the Elder taught us? But... How well should we respond to the moon's return? Elder... I will travel to Mount Audits at once. But... Don't worry. I won't do anything rash. Be careful out there. Whatever you do, remember to stay out of harm's way. Yes, Zelda. Listen, everyone. We can refer to Harry ourselves in an ill-advised plan of action. Yes, Zelda. I want you two to go with Porum. Yes, Zelda. ... Mm... Gibt es hier noch irgendwas im Shop, was ich haben möchte oder nicht? Ich möchte nach wie vor diesen Drecksbogen nicht haben. Beziehungsweise nicht ausrüsten. Ice-Rod, Flame-Rod, Thunder-Rod, Healing-Stuff, Psycho-Spiral, Crossbow, Greatbow, Holy-Fucking-Arrows. Äh, kann ich noch was verkaufen? Eigentlich... Ich würde eigentlich... Naja, ist egal. Ne, was? Nein! Psycho-Spiral! Fuck you! Jetzt kannst du hier den Healing-Stuff haben. Tschüss. Ausrüstung kann ich mir jetzt leider nicht mehr kaufen. Auch wenn was Gutes noch dabei gewesen wäre. Naja. Tschüss. Yeah! Let's go to Mount Odils! Ich würde mal sagen... Warte mal, der Part ist ja noch nicht so lang, ne? Ne, der Part ist noch gar nicht lang. Kurz vor dem Zeitsprung war ja erst der letzte Cut. Das heißt, wir laufen jetzt schnell nach Mount Odils, wo ja dann auch Sukkinder war! Ah, sein wird! Äh... 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 Fy-Raw! Defend! Defend! Oh Gott. Hey, aber es gehen mal nicht alle auf Forum. Dash ist neu. Aua. Okay. Ähm... Du machst dann nochmal Fire auf die beiden. Und die anderen greifen einfach jetzt an. Müssen sie aber nicht mehr. Sehr gut, danke. Merci beaucoup, Uwe. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nochmal sehr gespannt, ob wir da dann jetzt wirklich auf Kane treffen werden. Ich meine auf... Kane! Idiot! Pray! Bzzz! Oh, das war stark. Äh... Ah, Kira, kannst du? Sehr gut. Und du machst nochmal Thundra drauf. Defend! So. Sollte reichen, oder? Ja, natürlich. Nur 144 MP bringen die Foxenviecher. Please, what? Are you fucking kidding me or what? So, here's my all else. Ich werde allerdings nochmal schnell den Chocobo-Wald hier unten meine MP auffüllen gehen, sollte das möglich sein. Also ich mein, wenn da... ein... äh... Wenn da ein weißer Chocobo sein sollte, wäre das gut. Ich hab jetzt auch Spaß, einfach mal ein bisschen was rausgehauen hier. Das sollte er reichen, oder? Oui, oui, merci beaucoup. So, weißer Chocobo-Bidee. Ach, danke. Ha! Bi-bi-u! Hallo. Okay, ciao. So, wir speichern hier lieber nochmal ab und dann geht das gleiche los. Ich hätte zwar gern die Leute hier noch ein bisschen höher trainiert. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal ganz kurz. Ich geh noch schnell hier hoch und werd dann da kurz mal ein kleines bisschen, wenigstens ein kleines bisschen trainieren. Bis gleich, äh. So, die Mage sind auf Level 20 und Porom ist auf Level 25. Damit fühle ich mich hier erstmal ganz gut. Gut, die Magier haben übrigens ihre Level-Cap erreicht, also sie können nicht weiter aufsteigen. Oh nein, da war nur ein neuer Gegner, den wollte ich besiegen. Kommt der bitte doch mal. Hallo? Nein. Oh, sag mir jetzt, dass wir irgendwie ein seltener Gegner unterkommen. Der kommt jetzt nicht nochmal. Da ist er. Ah! Okay, aber ich sollte hier definitiv meine MP nicht unbedingt verschwenden. Pew! Ich rush jetzt einfach bis nach oben, weil, wie gesagt, Erfahrungspunkte bringen mir jetzt nicht mehr viel. Deswegen, jo, kann ich jetzt einfach recht nach oben rushen. Klar, Porom kann noch EP bekommen, aber... Ich glaub, das ist jetzt sicher ernst. Ne, den bekommt jetzt aber nicht die Weißmagierin. Das können sie vergessen. Ne, 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 ne. Ich will hier jetzt schnell durch den Dungeon. Wie gesagt, ich hab jetzt gerade eine Weile gekämpft. Die sind jetzt alle auf einem angemessenen Level und, ja. Hier müsste ja jetzt eine Sequenz kommen, ne. So, komm, töte sie ab! Töte sie ab! Ich glaub, es reicht nicht für den da hinten oder doch. Gut, sehr gut. Hier, oder? Nö, okay, dann kamen die wirklich nur, weil es so genug war. Okay, ist auch okay. Warte, klar, eine Exklusivsequenz. Ah! Trotz gleicher Situation. Situation, Situation. Ist das gut? Ah, sehr gut. Aber, es tut mir echt leid, aber das Kämpfen muss jetzt gerade einfach echt nicht mehr sein. Es ist... Oh, hey, neuer Gegner. Necrodium. Was bist du denn? Den hab ich ja selbst in Final Fantasy 4 noch nie gesehen, glaub ich. Ist das jetzt... Oder hab ich doch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Egal. Wir haben es jedenfalls geschafft. Jetzt hab ich ihn auf jeden Fall im Monster. Ja, das hab ich mir gewünscht. Ja. Tut mir leid daran. Meine Spastiken wieder. Ach, wozu mach ich denn den Kampf? Die können mich nur silencen oder blinden oder irgendwas. Ich glaub silencen konnten die mich. Das muss ja nur nicht sein. So. Tenten wir einmal. Ich glaube, jetzt ist aber Black Magic down. Falls ja, das wär nicht so cool. Wixi Moon. Hier ist doch Black Magic down, ne? Ja. Na, dann tenten wir noch mal. Ich glaub, hier ist dann jetzt Black Magic up. Das wäre gut. Gut to knuffen von dem... Ja, Black Magic up und normaler Angriff down. Das ist vollkommen okay, weil ich hab gerade keine Millie-Kämpfer hier. Vielleicht hab ich gleich Cain. Das wär geil. Cain. Einfach mal Cain, ja? Ich meine Cain! It's fucking Cain. Cain war tatsächlich immer mein Lieblingscharakter. Naja, was soll's? Oh! Hey! Noch ein kleiner Gegner. Skell... Skeller Ripper. Kenn ich auch nicht. I don't know these enemies. So, ich warte jetzt erstmal kurz ab hier. Schauen, wie viel Schaden das macht. Genug. Definitiv. Hallo? What's that? I don't feel anything. Ah. I can hear something. It's fading fast, like it could disappear at any moment. It's a voice. One I feel I've known before. Okay. Wait. What? What? Where are we? What a mess. Wait. Could this be the place where King Cecil of Beren became a paladin? And the place where Sage Teller learned the forbidden meteor magic as well? Oh, gentle white mook. Oh, gentle white mook. A voice. A voice. Cecil's father. And father to all we who study magic. To all we who study magic. Das war's. Okay. Das hätte man jetzt deutlich umfangreicher machen können. Ich hab gerade angefangen, es interessant zu finden. Ich hab gerade noch nie gesehen. In keinem der Teile. Look at all of them. We're hopelessly outnumbered. Okay. Let's see. Hätte ich auch geschafft. Cain. What? The Dragoon von Beren. The one that Cecil and his group trusted. Have I seen you before? I'm Porum, white mage of Mycidia. A white mage. Do you remember me? I came here to find you. By order of our elder. To find me. What for? I see. At this rate, Beren could be in danger soon as well. But tell me, what reason do I have to help you? What? Beren seems to be a part of my life a very long time ago. Wollen wir mal kurz was trinken. Ich komm gerade irgendwie nicht mehr auf meine tiefe Stimme runter. I'm sorry. I'm sorry. Das ist's. I'm sorry. I'm sorry. Ich würd nicht zu sehen. Wollen wir mal kurz vor? Baron awaits. Dragoon Kain has joined the party! Aber haben wir den Kain nicht irgendwo kürzlich schon mal getroffen? War das in Yank's Tale oder so? Oh, Myth? Oh, je, 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 je. Nice Equipment. Das ist... Interesting, ich habe Kain mal wieder dabei. Seine Rüstung ist ein bisschen dunkler als sonst. Aber hey. It's fucking Kain. Ach, den müssen wir nicht trainieren. Der hat 1100 HP. Kommt auf Level 25 gleich hier rein. Vielleicht trainiere ich sie aber doch noch ein bisschen, die beiden. Roman Cain, ich weiss nicht. Och nö, erstmal nicht, würde ich sagen. Erstmal nicht. What? Palom. We need to go. I don't know how he has to voice. Eigentlich würde ich ganz gerne ein Kampf lang mal schauen, wie stark Cain es eigentlich ist. I have no proof of strength. Show me your strength. Show me your strength. Show me your strength. Okay. Aber schnell ist auf jeden Fall. Gewonnen. Yow. Can 11, ja. Oh ne. Be-empty strike man yeah wow wow. Be-empty for a strike wow wow. Wow wow wow. Ich will sein Jump sehen. Einfaches Spaß. Schwung. Grr. Mh. 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 Okay, ab zurück. Ich werde jetzt den Chocobo auf jeden Fall nehmen. Vorher noch beim Weißen meine MP wieder auffüllen. Es ist da. Seid du. Wollte ich sagen. Okay, ab zurück noch mit Zidia, wo ich jetzt wahrscheinlich hin muss. Ich hoffe, nicht, dass ich jetzt irgendwie falsch gehe. Das wäre ja nicht so cool. Schwung. Hallo. Hoch. Was? Nein. Cain? Wir sind zu late. Wir müssen den Ereignen finden, schnell. Hi. Ich mache die jetzt einfach mal schnell hier. Einfach aus Späßchen oder so. Ich bringe vielleicht nochmal eine ganz gute EP. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. So. Machen wir mal Auto rein. Und der Black Mage sollte das jetzt eigentlich regeln, hoffe ich. Jetzt geht wieder alles auf Porum. Wie ich sehe. Ja, alles klar. Erstmal kurz Izuna. Und jetzt nochmal angreifen hier. Sehr gut. Das war ja eklig. Sind hier auch welche drin? Ich kann sogar einkaufen. Äh. Äh. Gut. Kaufen wir noch schnell das Rune-Armlet hier für... Äh. Für Madame. Und weiter geht's. Hier draußen ist alles los. Die verkaufen ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Einfach schön. Na ja. So ist das Leben. Dann müsst ihr die Ahnung. Äh. 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 Ist ja gut. Schwing. Keine Ahnung, warum ich die jetzt eigentlich schnell alle mache. Aber ich will sie einfach schnell alle machen. Die bringen echt EP. Ich hab grad gesehen, allein der Kampf gerade gegen vier Kack-Goblins. Tausend neunhundertdreißig EP oder so. Das ist gut, du weißt. Ist hier alles in Frieden? Oh, hey, nemming-Way. Spell-Transcription. The foundation of all magic. Joa, hier ist alles ruhig. Wer bist du denn? They say it's really so much so up in the... No, they say it's less when the moon is showing its bottom half. If you go outside here in the wakes moon, you better be ready for the worst. Gut zu wissen. Neu ein Gliener fürs Monsterbuch, ne? Hi. Und roter. Oh, hoch. Das ist definitiv die Farbe wert, würde ich sagen. Dann machen wir doch mal lieber diese Taktik hier wieder mit Protect und Slow und Jump und Fire, Fire und so. Ich will mich mit denen nicht unbedingt anlegen. So, so soll das funktionieren. Yeah. Nur 600 EP. Okay. Krass. Geben die mir was? Nein. Gut, hier ist noch einer. Und oben stand noch einer in der Mitte. Die sind zwar gerade vollkommen optional, wie es scheint, aber... Ah, don't believe me. Shit. Wow. 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 Fuck shit. Fuck shit, shit fuck. Fire. Oh, das heilt ihn. Aber der Jump hat ihn gekillt. Gut. Der Jump. Hab ich gerade der Jump gesagt, Alter? Bäh. Der Jump natürlich. Bonjour, Mr. Violet. Oh, nee. Jump. Ah. Oh. Oh, yeah, 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 yeah Äh... Äh... Hold! Zip! Ha! Nur 175 dp? Fuck you! Okay, ciao! Ab zum Elder Schneeo! Bozu! Äh... Pol... Ah, wann? Das ist ja gerade ein Gespräch, das wusste ich nicht. Hallo? The water crystal soundly brimms with light. Ach ja, genau. Stimmt, das ist ja hier oben. Ich vergaß. Nein. Natürlich. Okay, das ist wohl der Bosskampf. Von Paul's Tale. Vermute ich mal. Ich weiß nicht, der Bosskampf für... Äh, der Bosskampf sei schon... Der Part ist... Ist wahrscheinlich gerade ziemlich lang, aber... Dööööö, duöööö, duööööö. Aber ich will� pormstale jetzt fertig machen. Ich glaube, ich bin sehr sehr kurz vorm Ende von pormstale. Ha! Bloodings dış oláaax! Uah! Okay, hitting fast vw. Thunderaa investigación... Ah? Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil, heil, heil dich, danke. Um Gottes Willen. Schwing. Nein, 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 nein. Ah! Was war das? Kithangra ist... Ja, ist okay, stark. Ähm... Wisuna. High Potion. Das muss jetzt sein. Sonst wird das hier nichts mehr. Weil alle wieder einfach auf Proben gehen. Es ist so lächerlich programmiert, aber ok. Aber ok. Das ist doch jetzt... Ich dachte schon. Da. Nein! Ich probiere mal, ob das stärker ist. Also Fyra. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und du, Jumpstabber, ich glaube, der Kampf sollte kein großes Problem sein. Ok, ne. Dandara war definitiv stärker. Was ist denn Blink? Oh, das ist cool. Machen wir das mal, dann hat sie jetzt wieder drei Runden Ruhe. Ich finde Blinken richtig, richtig geil. Rischkabber. Rischkabber. Wir haben es geschafft. 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 Wer bist du? Ich glaube ihr Lieblingswort ist echt Comprehend. Auch hier in Comprehensible hat sie auch ständig gesagt. You're the one who unsealed the devil's road, aren't you? Yes, to retrieve the crystal. Retrieve? Yes. Hold it, you. Elder. Those who lost for power must never lay hands on the crystal, never again. I don't need your permission. Man, der Part wird jetzt langsam, glaube ich, wirklich ganz schön lang. Ach, was sonst. Aber ich glaube, Poromsdale ist jetzt wirklich, wirklich fast vorbei, deswegen will ich jetzt nicht mehr cutten. Der ist bestimmt 30, 40 Minuten lang inzwischen. Ich liebe dieses Lied. Ist nur irgendwie so leise. Oh, ich habe den Elder bei mir. Hurri. Serious girl. Was kannst du? White Magic. Oh. Du kannst eine Menge White Magic. Aber Holy kannst du nicht, oder? Schade. Okay, hasst. Und du hingegen machst Slow. Slow. Und Blink. Und du auch Blink. Ach, das war ganz oben, ne? Ja, aber erst mal machst du, weil du das hast. Float. Ach, das geht sogar auf alle. Wie. Was kannst du noch machen? Blink auf ihn. Und Attack. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesen Kampf irgendwie schaffen kann oder soll. Aber, was soll's. Packen wir uns erstmal so viele positive Statuseffekte rauf, wie nur möglich. Und so viele negative auf sie, wie möglich oder so. Keine Ahnung. Miss. Natürlich funktioniert das nicht. Dispel Magic Effects. Reflect. Reflect wäre vielleicht noch ganz gut. Reflect. Reflect. Wie auch immer. Natürlich kann ich jetzt keine positiven Statuseffekte mehr drauf machen, aber ist ja nicht so schlimm. So. Dann werde ich jetzt einfach mal angreifen, wa? Summonen. Ramu. 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 Was hast du, warum hast du das gemacht? Ich mach kurz Auto hier. Äh, ruhig Auto. Nein. Nein. Elder. Was macht der? Hold? Nee. Teleport. Blitzschwindbogen. Oh nein. Elder. No. How meaningless. You. Wait. Okay. Is this what you're looking for? This isn't the real thing. It's yours. What? Wait, Keine. A wise choice. On one condition, though. What? I'll give it to you only after I finish what I set out to do. And what is that? An audience with the King of Beren. For what purpose? To take his life. I will kill Cecil with my own hands. Understood. Bring the crystal with you. Keine. Elder. And... Whoa. Boom. Boom. Das Ende war doch tatsächlich doch ganz interessant. Ich muss sagen, den Anfang fand ich ziemlich ätzend, aber das fand ich doch jetzt eigentlich ganz interessant sogar. Oh, und wir haben sogar Cain, dann würden wir in den Challenge-Tanchen gehen. Das ist cool. So, dann war's das mit der nächsten Story. Jetzt kommen glaube ich noch Edward, Cain und dann die letzte, oder? Ja, Edward und Cain fehlen uns noch, genau. Im nächsten Part also Edward's Tale. Edward's Tale kenne ich schon, die ist nicht mehr blind. Aber Cain's kenne ich nicht und das danach auch nicht. Also bis dann, Leute. Und ciao. Und so.